Hallo und herzlich willkommen zu Video Nummer... Oh, kribbelig, warte. 18. Oh man. Naja, gestern war ja hier das Interaktiv und das war jetzt nicht so spannend. Da erschien dann so eine Feder und da kam da so Musik und die hat dann Passion geschrieben. Also war jetzt nicht so spannend. Aber trotzdem süße Idee. So, Nummer 18. Da. Ah, die Marke, die kenne ich mittlerweile schon. Entdecke neue Horizonte. Das klingt doch spannend. Auf jeden Fall nicht so leicht, aber auch nicht so schwer. Gibt sich stoffig an, keine Ahnung. Stoffig? Gibt es das Wort überhaupt? Ja, da weißt du, was das ist. Witzig, dann am Anfang so bei den ersten Türchen immer so, hä, was ist das hä? Okay, und jetzt so langsam kommen die Sachen, mit denen ich mich auskenne. Das ist ein Analplug. Ein kleiner. Genau. Was jetzt ja nicht so verkehrt ist. Steht da, ob irgendwas Interessantes suchen? Ne. Nur wasser basiertes Kleid geht verwenden, das weiß man ja alle schon. Hier noch irgendwas sicherheitsweise. Okay. Da drin ist das genoppt. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Ich finde das so nötig. Ja, cool. Schwarz. Gefällt mir. Ich weiß jetzt nicht, was ich großartig dazu sagen soll. Ob ich das ausprobieren werde? Ich weiß noch nicht so genau. Ich bin mir da gerade unsicher. Wenn du mein Buch lesen werden sollst, lesen solltest, wollen tust, mhm, du weißt, dann wirst du zu dem Thema auf jeden Fall einiges erfahren. Ja, aber ich möchte jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Weil ich weiß auch, dass Leute zugucken, die mich kennen und die das wahrscheinlich gar nicht wissen wollen. Dementsprechend wünsche ich dir jetzt einen schönen vierten Advent und wir sehen uns morgen wieder. Tschaui!